Hallo und herzlich willkommen zum Bausimulator, zusammen mit dem Markus. Hallo. So. Wir müssen da ein paar Teile abladen. Gunn ist schon dabei. Ich fahr jetzt gleich wieder mit dem Tieflader zurück. Deinen einmal. Du bekommst mir nachher einfach hinterher, oder? Kannst du schon wieder schöne Teilchen aufladen, ja. Du hast den blöd hingestellt. Wen? Den Tieflader. Ja. Den schon. Ich find der Kran steht super. Der Kran steht nicht schneller, obwohl ein bisschen weiter hinten, dann hätt man ein bisschen mehr Platz mit den Tiefladern gehabt. Aber egal. So. Deine Zuseher haben sich auch gefragt, weil ich lese jetzt gerade die Kommentare einfach unter den Parts zumindest. Du, wieso du nicht bei der Brücke weitermagst. Ja, welche Brücke? Du dürftest angeblich bei deinem letzten Part. War es sozusagen noch mit Freddy, glaub ich, oder was du möchtest? Kann sein, dass ich ne Mission angenommen hab, die so hieß? Hast du, hast du irgendwas Brückenfundament grad gebohrt? Oder wolltest du angeblich bohren? Ah, okay. Kann sein. Und das haben nicht vor allem welche verstanden, wieso das jetzt woanders ist. Ja, ist halt jetzt Multiplayer. Aber es war davor auch Multiplayer. Ja, aber halt ohne, ohne deinen Spielstand. Mhm. Welches Level bist du? Äh, irgendwie so 13, 14. Nicht rechts oben? Ah, 13, ja. Okay. Fast 14. Und es gibt keine Staudammission. Hat auch wer drunter geschrieben. Hat irgendjemand schon Level 20? Ja. Irgendjemand hat's geschrieben, auch bei 20 gibt es keine Staudammission. Halt eigentlich, warum machen wir das eigentlich da jetzt grad? Ja. Mein Ziel bei dem Let's Play am Anfang war immer die Staudammission zu spielen. Ich weiß es. Und der hast du schon, was nicht, dein halbes Jahr, glaub ich, davor geschwärmt. Ja, und darauf hab ich mich echt gefreut, weil der Staudamm war von der Map her. Man konnte ja nur den oberen Bereich abfahren. So mein Highlight, von was ich so mitgenommen hab. Von der Gamescom war das, glaub ich, noch, oder? Ja. Also von der, wo das, äh, wo LS15 vorgestellt wurde. Also, vor. Also das ist dann auch schon die dritte Gamescom quasi zurück, wenn dieses Jahr Gamescom ist. Ja, meine zweite dann, wenn ich fahr. Aber ich glaub schon. Und halt irgendwie, das, es hat irgendwas. Also das ist ein richtiger, weiß nicht, es ist doch ein richtiger Flair. Natürlich, wenn du so, so wie du jetzt jeden Tag nur so hinfahren musst und so weiter, glaub ich, kommst du gar nicht so in den Gamescom-Flair hinein, weil du gar nicht so mit den Leuten in Kontakt tritt. Weil, grad das am Abend ist, glaub ich, auch viel wert. So wie bei mir die Hitbox-Party. Ja. Muss ich ehrlich sagen, das war geil. Halt mit Schimpanse einfach mal eine Stunde geplauscht, äh, für irgendwas. Und, ja, war ein cooler Abend. Und, das hast du halt sonst auf der Gamescom nicht. Oder du nimmst halt dann einfach auf der Gamescom auch mehr Zeit. Ja. Dass du irgendwelche, mit den Leuten redest. Oder du setzt dich halt einfach mal in die Lounge hinein zu uns oder so, irgendwas. So war's ja eigentlich, dass wir, ja, die ganze Zeit irgendwie unterwegs waren. Ja. Ja, ich, ich finde immer, ich hab mir vorher schon überlegt, was ich jetzt wirklich machen will. Äh, und die restliche Zeit hab ich immer so geguckt, was wollen die anderen machen. Ja. Aber du hast jetzt sozusagen, bist du auch meistens um vier oder sowas dann schon abgehauen, oder? Nee, 18 Uhr so um den Dreh immer. Komplett schon am Schluss erst, okay. Ja, ja, 17, 18 Uhr. Ja, wir sind ja immer relativ früh schon abgefahren, weil wir gesagt haben, ja, wir sind eh am nächsten Tag da. Aber gerade am Abend, glaube ich, wenn du dir ein paar Shows anschaust und so weiter, das ist schon interessant auch. Wobei, ich glaube, der Hochpunkt ist so gegen 14 Uhr erreicht, würde ich sagen. Ja, oder du eingeladen wirst bei irgendwelchen, keine Ahnung, wer hat das, wer hat das, Koch Media, glaube ich, war's. Wir haben ja Burger gebraten am ersten Tag. Hinten in der, in der Business-Things-Boms-Area. Von sowas weiß ich nicht. Ja, ich hab mir das auch gedacht, Koch Media, die hätten uns auch einladen können dazu. Aber Koch Media haben wir eigentlich nicht so, halt wir haben zwar vom Netzwerk den Kontakt, weil das ist ja auch im Endeffekt der gleiche Verlag. Aber, ja, nicht wirklich den Ansprechpartner jetzt. Wir sind ja doch eher bei Rondomedia-Astragon, wieder. Oh. Obwohl, Rondomedia gibt's ja jetzt nicht mehr, oder? Das ist ja jetzt nur mehr Astragon. Und, ja, die haben halt dann ihren eigenen Bereich gehabt. Die hatten ja auch eigentlich sogar einen recht großen Bereich, muss man sagen. Fand ich jetzt gar nicht so wenig. Waren nicht noch mit dem anderen zusammen? Na, halt Astragon Entertainment, oder wie die jetzt heißen. War ja so für sich. War nicht. Ich glaub, da war noch irgendwas anderes dabei. War auch ein cooler Bereich, eigentlich. Wenn du rechnest, dass du da Geld rausgeschmissen, halt rausgeben, wie er ausgeben wird für den, für, wieso kann ich jetzt grad meinen, ich kann grad den Haken nicht runterfahren. Am krassesten finde ich ja, ich weiß nicht mehr, ob das noch online ist, aber dieser, wie viel Quadratmeter möchten sie, brauchen sie Internetanschlüsse und in welche Halle wollen sie? Und dann schlägt er dir den Preis vor, was das für die Gamescom-Woche kosten soll. Und dann denkst du dir halt so, ja gut, kaufe ich mir jetzt ein Haus oder nehme ich einen Stand bei der Gamescom? Ja, das ist so, das ist extrem. Ich weiß noch, ich glaub, das haben wir noch eh davor geredet gehabt drüber, oder hast du das auf der Gamescom erzählt, was da für Preise sind? Und auch wenn du dir nachher anschaust, was Ubisoft oder E oder sowas für ständig hinstellen einfach. Ja, gerade so EA hat ja irgendwie die halbe Halle 8 oder sowas. Naja, Ubisoft auch mit den großen Hallen, da in der Mitte mit Assassin's Creed. Jaja, da hast du halt gleich mal mehrere tausend Quadratmeter und dann so und so viel tausend. Dann hast du noch Personal und hast noch das alles und die Börder, was du machen lässt und so weiter. Allein für die Standgebühr könntest du dir wahrscheinlich auch für ein Einfamilienhaus ein Grundstück plus Haus bauen. Das kommt schon hin. Könnt doch hinkommen, ja. Da bist du schon im mittleren sechsstelligen Bereich. Bei mir funktioniert der Haken wieder nicht so wie letztes Mal. Ich muss das jetzt anders machen, abladen, bei dem wir einen kommen. Ich weiß noch, mein Highlight von der Gamescom war eigentlich der Moment, wo wir bei Oculus Rift waren und uns die Oculus Rift angeschaut haben. Ja, das muss wohl extrem geil gewesen sein. Das war mein persönliches Gamescom-Highlight. Beziehungsweise ich hab's schon gemacht, aber vor zwei Jahren auf der Gamescom. Da war aber noch die alte, oder? Ja, das war noch die erste, die noch kein Full HD hatte. Halt, die war, das war einfach das, wo ich sag, okay, das war das, was mich am meisten, ja, an die Gamescom die beste Erinnerung, halt. Das war ein Mörder. Auch wenn man nur, keine Ahnung, und die hat sich auch Zeit genommen. Das ist nicht so wie bei anderen Ständen gewesen. Wir waren ja bei Oculus, das war ja auch ein Riesenstand, aber das sind halt nur so fünf, sechs Räume gewesen, weil dann waren auch daneben gleich Samsung VR, oder gleich im gleichen Ding Samsung VR. Ja, diese Gear VR, oder wie die heißt? Ja, so ungefähr. Und das Limme war, bei Samsung VR haben sie einfach nur Sessler aufgestellt gehabt, wo sie 20 nebeneinander abgefertigt haben. Und zu Oculus hast du eigentlich nur mit Einladung reinkommen können, beziehungsweise per Wildcard-Ticket. Oder als Presse hat es immer eine Presseschlange, um eine bestimmte Uhr zu geben, und dann hast du nur vorne beim Schalter müssen sagen, ja, wegen Presse und Oculus anschauen. Und dann hast du sozusagen rein. Und die hat sich gezeigt, wir sind da zu zweit, halt jeder hat sozusagen eine Runde, das dauert, keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas, so das Demo. Ich habe das mit Weltraum, Space herumfliegen und so weiter gemacht gehabt, und du bist da herumgeflogen, die Zeit ist so schnell vergangen, und das war so cool eigentlich. Und dann hast du noch mit dir geredet, geplaudert, und dann ist erst der Nächste reingekommen, und ich war richtig relaxt und alles. Und das ist auch mein einziges T-Shirt, was ich von der Gamescom mitgenommen habe. Äh, du hast noch eins, glaube ich. Du müsstest noch das von Flight X haben. Flight X, Flight X, Flight X. Haben wir auch welche gekriegt, in dieser Tüte. Bei Dufft, äh, bei, oh, er stimmt, Dufftel, ja, ja, stimmt schon, Dufftel heißt das. Jedes Mal, wenn du einen Kran benutzt, verpackt sich der danach bei mir. Okay. Stell mir jetzt, weil das war ja letztens auch der Große. Den habe ich ja dann auch nicht rauf-runterfahren können. Okay, der geht jetzt aber, der hat nur so optisch ausgeschaut. Keine Ahnung, was da war. Ja, manchmal ist das dann auch so, dann bewegst du den Haken, aber der ist ganz woanders, gar nicht in Kran näher, ne? Das ist, glaube ich, wenn du ihm ganz, halt, wenn du ihn ganz eingefallen hast, und dann übergehst, und aussteigst aus dem Kran, dann reagiert er das so irgendwas nicht. Aber ist egal. Das war so, darf, stimmt, das war aber auch cool, wie sie uns da angesprochen haben, wir sind da einfach nur herumgestanden eigentlich im Business-Bereich. Ja. Und die sagten, ja, Voltstar und bla bla, halt voll schmeidig. Was ich aber ehrlich gesagt von der Persönlichkeit her gigantisch fand, wenn wir schon mal im Bausimulator sind, ähm, letztes, also davor das Jahr, als der Bausimulator halt vorgestellt wurde, das war jetzt nicht gerade das Hauptspiel, das war ja so wie dieses Jahr City Economy mehr so, hinten in der Ecke an zwei oder drei PCs lief, dass da aber halt nur so, ja, halt nicht so wirklich, halt nicht so wirklich ein, ähm, äh, im Mittelpunkt. Ja. Aber da, ich weiß jetzt, ich weiß noch, wie der Ausdruck ist, den würde ich auch wieder erkennen, der, oder hab ich einfach nur angefangen zu spielen, nix gesagt, so, und der so, ja, wollen sie mal was hören, und dann hat er irgendwie 25 Minuten lang über das Spiel gelabert. Und dadurch dann nämlich auch irgendwas mit Staudammen bauen. Ja. Ah, ja, okay, vielleicht hat der das nachher irgendwie nachher verwechselt oder so, wo es war, dass gar keiner von uns entwickelt ist. Ne, das war schon ein Entwickler. Okay. Der hat da noch erzählt, dass im Moment wohl das Hauptproblem ist die Synchronisation im Multiplayer. Okay. Irgendwas stinkt da, hast du irgendwas erzählt gehabt? Ja, der, der war extrem cool, der, der, der Typ da. Was er was war, ja. Also wirklich, sonst, sonst ist ja nur so, äh, es gibt ja auch manche, der merkst du so, ich weiß nicht, wo war das, äh, dass die so, wenn du mal 10 Minuten am Stück spielst, ankommen, auch wenn keine Schlange ist, von wegen, ja, sie könnten ja mal frei machen. Ja, sozusagen. Es war ja auch so cool, wo wir auf der Gamescom, das, den LS-Bug halt, wo wir drüber gesprungen sind. Ja. Kam da nicht sogar Emil von hinten, also Fruktor? Ja, schon, oder? Ja, war. Ja, der hat uns doch gefragt, ob wir von LS-Infos sind. Ja, genau, ja, genau. Und ich so, nein, nein. Weil einfach, weil sie es nicht herzeigen wollten. Und ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Man kann bei der derzeitigen Map auch drüber springen. Oder habe ich es schon ausprobiert? Ja, ja, klar, das ist ja, da gibt es, die gibt es ja so nicht mehr. Das war ja nur im Endeffekt, weil nur der mittlere Teil von der Map fertig war. Nein, nein, ich meine, jetzt, du kannst ja jetzt auf der Map, ähm, Map-Kante hast du ja auch Straßen, die ins Nix verlaufen und dann einfach mit so Absperrdingen, Dingen, äh, zu sind. Und ich glaube, dass du bei denen noch immer drüber springen kannst, so mit unserem Trick, halt mit dem Trick, was, was wir da gehabt haben. Habe ich nicht ausprobiert. Vielleicht haben sie auch gelernt und einfach die Koli größer gemacht. Ja, aber das bringt ja nix, im Endeffekt. Oder bringt ihnen nix. Kannst du ja umgehen. Ja. Weil du springst ja durch die Koli durch, es geht ja nicht darum, dass du oben drüber, äh, dass du oben drauf kommst. Ja. Oder du kommst oben drauf und springst dann rum, das höre ich ein Größeres. Ja, das war schon lustig. Oder jetzt, du, jetzt könntest ja im Endeffekt drüber fliegen sogar, wenn du, äh, den Commander einschaltest. Aber ich kann den Haken nicht bewegen, das ist nervig bei dem Kran. Du musst den Ausleger runter und rauf. Ey, 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 Junge, willst du das nicht annehmen? Weil, das steht genau verkehrt. Bist du schon wieder da, oder? Ja, ja. Gerade? Also, du positionierst schon deinen, deinen kleinen. Den kleinen Mann, ja. Ja, ich könnte dir die aufstellen, da weil, dass du nicht komplett runter musst. Du könntest den untersten eh aufstellen. Ja, ich kann alle aufstellen. Weil die zumindest auf die, äh, Hochkante aufstellen, dass sie, äh, den Tieflader müssen wir auch wegmachen. Ja, ich mach eben. Und ich schätze. Und den untersten kannst du eh hinstellen. Du musst nämlich, glaub ich, auch den anderen, den, den, den Kran wegräumen. Den großen? Mhm. Na, den Mobilkran, mein ich. Hab ich jetzt auf die Seite. Passt. Willst, soll ich den untersten, soll ich ihn wieder aufbauen und den untersten hinstellen? Ja, mach. Du greifst sozusagen über mich drüber. Den anderen. Ja, ich bin ja eh eine Nummer größer, ne? Ja, du boah. Ich kann auch die anderen hochkantstellen, dass du nicht so weiter runterfahren musst, jedes Mal dann. Hauptsache, ich bin ja hinten irgendwo auf der Autobahn mit dem... Nimm mein Auto mal in die Luft. Das wär witzig. Und du könntest eine Straßensperre mit deinem Kran-Kopf machen. Das geht sicher auch. Was magst du jetzt? Schönen, oder? Oder den zweiten. Wohl, den zweiten kannst du wahrscheinlich sogar noch, oder? Kann alle. Halt bis auf den letzten. Es geht nur der Rotor nicht. Soweit ich weiß. Aber ich stell sie, oder ich stell sie mal auf und du sie mal gleich, den ersten tue ich gleich mal hin positionieren. Kannst eigentlich den zweiten gleich nehmen. Geh jetzt nur ein bisschen weit weg, halt so hoch kann ich nicht. Jetzt hätte ich mich näher ranstellen müssen. Jetzt kann ich erst mal fünf Minuten runterfahren. So, den ersten habe ich. Soll ich den zweiten jetzt aufstellen, oder soll ich sie gleich rauf positionieren? Kannst ruhig den zweiten nehmen. Äh, den dritten. Den dritten. Den dritten. Ja, den dritten. Äh, ja, ich nehme den dritten. Weil ich glaube nicht, dass ich zum dritten raufkomme aus der Position, weil ich stehe zu weit weg. Gut. Es gibt doch auch so Kräne, die dann 200 Meter, 250 Meter oder so sind. Naja, die großen Windräder, die sind ja extrem hoch. Die sind ja dann, äh, 200 Meter oder sowas, die ganz neuen, was sie da jetzt bauen, überall. So, ich stelle da die zweite Säule einfach nur auf, dann brauchst du da zu weit. Äh, Malheur. Was ist? Ah. Wo fliegst du denn schon wieder hin? Äh. Boom. Super, jetzt ist die Röhre kaputt. Nein, die ist aus, äh, aus Klebstoff. Aus Klebstoff, äh, aus Carbon. Ne, dann wäre sie kaputt. Das scheiß Auto Carbon bricht so leicht, oder was? Ja, Carbon ist generell, also Carbon an sich ist ja stabil, aber halt nur in gewisse Richtungen, ne? Wie die Struktur halt ist. So, ich stelle dir die zweite gleich einmal daneben hin, dann brauchst du nachher nur mehr in die Nähe runterfahren, weil ich kann's nicht rausstellen, das bringt nix. Ich komm auf die Höhe nicht hin. Und ist dafür zu weit weg? Vor allen Dingen, äh, weißt du, es wurde rot und ich hab irgendwie bei rot schon losgemacht, weißt du? Ja, du musst ja warten, bis es grün ist. Ja. Aber cool, wie ich das jetzt aufgestellt hab daneben. Pass auf, hauen wir's nicht um. Weil jetzt brauchst du nachher nur mehr mit dem Hacken runter und dann wieder hoch. Ich muss den Ausleger zurückfahren. Ja, ich weiß, ich muss nur eben einmal ausrichten hier. Bisschen tütteln. Tütteln. So. Ein bisschen höher noch. Drei Meter höher musst du noch. So, ein Stück noch. Hier. Zack, geht schon. Und jetzt brauchst du ein Stück nach links schwenken und grad runterfahren. Das müsste eigentlich gehen. So wie ich dir das hingelegt hab. Soll ich dir den zweiten auch so hinlegen? Naja, jetzt ist ja im Endeffekt ja bei dem anderen Ding, das ist ja egal. Ja, aber hinlegen kann ich. Dann brauchst du nicht so weit rüberschwenken. Herumschwenken. Boah, mach. Kannst du auch oben draufsetzen, wenn du kannst. Nein, nein, nein. Wir könnten in der Luft übergeben. In echt würde es ja gehen. Ich glaub, hier geht es auch, weil die Sachen so langsam fallen. Gab's? Ja, das ist... Weißt du, wie lange das gebraucht hat, um runterzufallen gerade? Ja, aber glaubst du... Min, min, äh... Haken einfach dort in die Nähe... Also, ich glaub, das geht. Solange ich an der richtigen Position bin mit meinen Haken, geht das. Aber in echt würde man das, glaub ich, nie machen. Ist ein bisschen teuer dafür, das Material. Aber bleib einfach mal auf der Position und ich guck, dass ich da so ungefähr ausgerichtet bin. So, oder? Ja. So, soll ich counten oder... Oder wie machen wir es denn? Das wird sicher nix. Ja. Oder geh noch ein bisschen nach unten. Dann hast du sozusagen den Fall drinnen. So, ich counte jetzt runter. Drei, zwei, eins. Ja. Duper. 100 Millionen Marsch. Das war mir so klar, dass sich das nicht ausgeht. Na, ich glaub, meine Position war auch nicht ganz mittig. Ja, nein, das... Aber das hat schon ewig gebraucht, um runterzufallen, finde ich. Ja, aber... Ja, aber die ersten Meter ja nicht. Du müsstest ja weiter runter, dann mit mir einhaken. Und dann musst du es genau in der Sekunde treffen, wo der dort ist. Ich glaub, das werden wir jetzt noch positionieren in dem Baden und dann werden wir den auch beendern. Jo. Für heute wieder mal. Für heute ist sogar schon spät. Jetzt weiß ich auch, welches Schloss du meinst. Was du letztens gesehen hast. Ja, ja, da oben auf dem Berg. Ja. Also vom Kran aus quasi. Quasi Kranhöhe. Ja. Oder Windrathhöhe. Aber es kann nur mehr, das nächste Windrath kann nur mehr ganz unten kommen. Geht's uns da nirgends mehr. Hier vorne ist zu wenig Platz. Oder da... Na, der ist zu uneben. Na, auf die Insel, das ist zu wenig. Das kommt sicher ganz unten. Bin ich mir ziemlich sicher. Muss noch höher. Oder halt ganz woanders. Das würde ich feiern. Ja, aber die Idee dahinter, das soll ja mehr sein. Weil da, äh, das haben sie ja irgendwann gesagt am Anfang. Äh, wegen, wegen den hohen, starken Winden vom Meer herein. Na gut, du tust dich ein bisschen schwer. Ja, man, die Collie backt grad irgendwie. Nein, nein, du musst weiter höher rauf noch. Hier fehlen gut, äh, drei, vier Meter. Kleiner Kran hier, ey. Ja, kipp rauf. Ich weiß, dass das oberste Teil blöd ist. Und jetzt du nicht den obersten Arm, sondern den Hauptarm knicken. Nach vorne. Genau, den da. Dann solltest du sich eigentlich ausgehen. Wenn nicht, musst du näher fahren. Ja, es war schon. Passt. War schon voll eingelassen. Perfekt. So, und ich würd sagen, wir werden im nächsten Bad dann einfach alles positionieren. Das könnte man vielleicht sogar auch zu zweit machen. Dann musst du nämlich nachher nur mehr ein Stück vorfahren und das komplett auf einmal hochheben. Ja. Dann wären wir soweit. Ja, bis morgen dann. Tschüss. Tschüss.